Bei unseren schönen Stapelwürfeln von HP sind es nicht nur einfach Stapelwürfel, sondern man kann die einzelnen Würfel auch als kleines Häuschen benutzen. Und zwar habe ich insgesamt fünf verschiedene Würfel hier drin, in den verschiedenen Farben. Und jeder Würfel dient halt als Haus für ein kleines Holztierchen. Also in den blauen, da kommt der kleine Hund rein, in das orangene Würfelchen kommt die kleine Katze rein, in den grünen, da wohnt die Schildkröte und so weiter. Und so kann man das nicht nur für die Motorik so übereinander stapeln, sondern auch einfach die Fantasie spielen lassen und mit den Tieren spielen. Die Figuren selber sind aus stabilem Holz, die Würfel, die sind aus stabiler Pappe. Hat einfach den Zweck, wenn die einmal umfallen, wenn da der ganze große Turm gebaut ist, damit die Kinder sich nicht verletzen, deswegen aus stabiler Pappe. Genau, wäre ein Spielzeug jetzt hier ab 18 Monate und eine wunderbare Geschenkidee.